Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott, Amen. Unser geliebtes Volk, des Vorstandes, der Dienerin und die Diener, der Missdiener und die Diakone, im Namen seiner Heiligkeit, Babis Tauadros II., und seiner Eminenz, Bischof Amber Michael, Bischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Süddeutschland, und unser geliebtes Vater, Eris Priester Polis Schirrater. Beglückwünsche ich euch, meine lieben Schwestern und Brüder, zum gesegneten Weihnachtsfest, und wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Der Herr des Friedens gebe euch Frieden. Ruhel Kudus, der Ileahe I, Amen. ACHBAI, SHAB, WOLLAGNET, WCHADEMAT, WCHUDDAM, WCHEMMEMSET, KINESETA AZRAĨ ZZEITUN, BIDUSSOLDURF, BKALMANIA, REAZMAN, BIASM GEDAZAI, BIASM, 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 Vielen Dank für's Zuschauen und für's Zuschauen und für's Zuschauen.